Guten Morgen Susani, wie wollen wir uns heute fühlen? Auf jeden Fall glücklich, energiegeladen, fröhlich und zufrieden. Das machen wir. Hallo und herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Heute zeige ich euch ein Ingwer-Zitronen-Kurkuma-Wasser. Und zwar, das trinke ich, manchmal habe ich so Phasen, da trinke ich das jeden Tag und dann mache ich wieder irgendwie Pause. Und dann, heute ist mir das eingefallen im Wald, Mensch, das könntest du doch mal wieder trinken. Und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Und zwar, ihr braucht dazu einen kleinen Mixer. Also, reinkommt eine Zitrone, natürlich nicht ganz, sondern ich schäle sie und mache die ganze Zitrone rein. Man könnte jetzt auch die Zitrone halbieren und mit der Presse reindrücken, aber ich lasse das hinterher sowieso durch den Sieb. Und dann habe ich quasi die ganze Zitrone da drin und hole quasi noch mehr raus aus der Frucht. Dann mache ich rein eine Kurkuma-Wurzel und zwar, die schäle ich nicht mal, wobei die ist jetzt ein bisschen groß, die halbiere ich jetzt noch. Also, ich wasche die vorher ab und dann mache ich sie mit der Schale in den Mixer rein, weil hinterher geht es durch den Sieb und dann bleibt die Schale im Sieb hängen. Ich hoffe, dass das Sieb, das packt, das ist nämlich neu und hat ziemlich große Lücken, aber ich habe noch was in der Hinterhand, als ob es nicht klappen würde. Gut, dann kommt rein ein Stück Ingwer, den schäle ich, weil die Schale vom Ingwer, die ist für meinen Mixer fast zu groß oder zu grob. Also, den schäle ich irgendwie. Und vor allem das Kurkuma schäle ich auch deshalb nicht, weil man kriegt so saudumme, orangefarbene Finger davon. So, dann mache ich rein wie immer Pfeffer und damit das Ganze mixen kann, mache ich ein bisschen Wasser rein. Damit ihr jetzt nicht vor Langeweile starbt, mache ich einen Schnelllauf. Jetzt kommt mein wunderschönes Borglas wieder zum Einsatz. Und das Sieb ist ein Scheiß, das merke ich jetzt schon. Gut, dass die Mutti zwei Siebe im Haus hat, gell? Und jetzt seht ihr, was das für eine richtig klasse, schöne Farbe hat. Und der Geschmackstest ist einfach super. Was ihr jetzt noch machen könntet, ist das Ganze ein bisschen süßen mit Honig oder mit Agavensirup oder mit sonstigem Sirup. Zucker nehmt ihr nicht, gell? Also, weißer Zucker, das ist verboten bei mir. Ihr könnt Kokosblütenzucker nehmen, das hat keine große Einwirkung auf euren Insulidspiegel. Ähm, ja, und das trinke ich jetzt also die nächsten paar Minuten und dann geht's ins Büro. Mein Gott, sieh, ich halte wieder gut aus. Ich habe immer das Problem, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll und wie es gut rüberkommt. Es ist immer wieder blöd, in diese saudumme Kamera zu schwätzen. Heute ist kein guter Videotag. Obwohl ich gedacht habe, heute ist so ein super Videotag. Also dringend mal wieder zum Friseur verdanken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020